ARD Text im Auftrag von Funk Mein Name ist Michael und Michael von Sperler. Ich sage es noch mehr, frisch. Und ich mache mir in Berlin eine schöne, frisch. Welche Überraschung. Und es ist Kupflamid. Wie geht es? Wir sprechen französisch. Wir sprechen katalisch. Spanisch? Wir sprechen deutsch. Nachnummer du brüß mich wird. Wir sprechen auch Portugais. Wir palieren Italien. Wir sprechen auch Englisch. Ich spreche galego, die Lingen der Galicien. Ich spreche auch Nederlands. Ich spreche auch Afrikaans. Und ich spreche auch Afrikaans. Ich spreche auch Chorwatschi-Serbschi. Ich spreche auch. Ich spreche auch Deutsch. Ich spreche auch in Berührung. Ich spreche auch Deutsch. In Berlin. mit den Leuten dort, vor Ort, reden zu können. Wir hatten dann eine andere Kultur als unsere, eine Sprache, auch. Und wir fasziniert uns. Ich würde sagen, dass die meisten der Sprache, und wir sprechen und wir sprechen, ich würde sagen, dass wir normalerweise die Sprache zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass es mehr einfacher ist. Ich wusste immer, dass jemand mit dem ich sprach und kommunizieren konnte.